Der hat mittlerweile einen Brave Auto Attack. Ich glaube ich kann den einfach zonen gleich. Wie? Ach scheiß doch. Haben gewonnen. Der spielt No Leash. Wie gesagt, Botlane ist auch extrem gankable eigentlich. Der spielt No Leash. Jo. Wahrscheinlich Geisterstart oder so? Das? Nee. Wird das nicht? Oh no. Ich glaube es ist ultra low no. Ja ich glaube schon, das kriegst richtig auf die Fresse. Gut. Ja die pushen uns ein bisschen. Ich hab trotzdem. Ich kann auch ein bisschen tanken. Ja aber. Der hat uns halt. Der hat ihre Wege gefehlt. Warte mal ein bisschen gegen. Careful. Fast. Der Name geht grad Warden, River. Ah try Rush Ward. Also 340. Oder halt vom River aus. Ich muss halt immer noch Turbo annauchen. Einzige Landy der aber grad ganken kann ist entweder mich in Vayne oder Mitte. Ja kann eigentlich schon bitte. Ja dann redet was ihr dagegen machen weil Johnny ist grad Fahrgepusht. Das ist völlig fein. Die können mich nicht ganken. Ja das reicht ja. Okay. Game Setup. Shedding Ken. Mhm. Top killable. Ja ja. Wird wahrscheinlich Krabbe sein. So wie die Mami moved. Nami miss. Ja hab ich doch gesagt. Try Rush. Ja ja. Ich weiß. All good. Ja ja. All good. Ich hab was Mitte auf. Nami ist schon ein bisschen länger miss. Nami miss. Die machen Krabbe. Die machen Krabbe. Die machen Krabbe. Deren Bot ein. Die haben eben beide Krabbe. Nein nein. Krabbe ist noch da. Okay. Ja aber dann. Wahrscheinlich hat er die gebrockt oder so. I don't know. Ohne Mitte. Ist noch ein Turret-Hit gebrennt. Werde gibt's die Krabbe. Ich hab nur Spot-Sight gemufft da. Ah. Ist grad dran. Ich guck mal ob ich von hier eh gechannelled bekommen. Ja. Er was free. Hasht? Hat er geflasht? Nee. Nee. Ja. Sollen wir rauspushen? Nee nee. Ich werd gleich dipiden. Ja nur den farm bisschen. Musst nicht auffassen ne. Wenn die Gravitum wenn der Gravitum procgt in der Nami Q-Range haben wir tatsächlich ein Problem. Lass ihn mal ein bisschen rein. Pushen die Mave. Bis zu uns. Ich weiß aber nicht ob wir den nochmal killen ne. Oh. Denk schon. Der hat hier gewardet. Jetzt rein pushen? Ja ja. Sehr nice. Wollen du wahrscheinlich bei mir im Bot-Set junglen? Ja ich geh mit der Base. Gut. 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 Oh. Also die Bot-Line die haben halt ein paar Mal Pressure aber wir sind fein. Dein Grump ist noch up. Okay. Dann wird Mondo wahrscheinlich Bot-Set jungle trotzdem sein. Aber weiß ich nicht. Die Hard pushen jetzt. Denk mal die werden resetten hier nach der Wave. Kannst du kurz gucken? Kannst du hier reingucken? Ja. Ich gucke. Gott da. Bot miss jetzt. Kann sein dass der Wölf ist auch nicht ne. Gut. Nee die werden resetten denk ich. Die Kay muss jetzt gleich mit in die Mitte. Die laufen aus. Ich bin leider nicht Level 6. Die wisst nicht dass ich hier bin ne. Wie siehts Mitte aus? Ich hab Prime. Wollen wir das spielen? Ja nein? Ja. Wir sind grad ein bisschen splitted ne. Okay. 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 Ja. Ah Feder ist noch nicht da. Ich kriege ihm weh. Ich kriege ihm weh. Oh shit. Ich kriege Flash raus beide. Double Flash. Hinterher. Oh nice. Gut kommt. Kayl von oben? Nein weil mein Kayl moved nicht. Okay drag. Good job. Drag, drag. Huh. Schön gemacht Kevin. Okay. Gut. Namimundo Flash. Elf. Jungle Sub Flash. Ich muss nochmal Botlin Wrave die Push zu denen. Oder? Ja. Ich hab jetzt auch Moby Boots. Also ich bin jetzt auch gleich viel mobiler. Ja lass die Wrave mal zusammen hier. Ja. Wir können jetzt Botlin hart abusen die Nami Tim ne? Yes. 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 Das ist ein Free Snack. Oder du gehst da Topside und machst gleich Herald. Da kann ich immer hochkommen. Wir können auch swapen gleich für den Herald oder? Aber Kevin ist super huge. Ich glaub wir sollten Kevin auf den Herald sein oder? Ja nur du hoch. Nur du hoch. Dann geh ich base. Scheiß mal auf Botlin kurz. Sorry Solo. Ja ja. Ja alles gut. Dann swap ich gleich hoch nach der Wave. Obwohl wir haben noch ne Minute. Aber ich kann in der Mitte auch nochmal gucken. Haben wir doch nen Reset genommen. Wenn die hier freezen wollen dann ja jetzt. Ja ich base auch. Glaub ich grad für zwei Kits so wenig XP bekommen. Geshared oder? Weiß den nicht. Na Botlin wir haben jetzt auch Tempelvorteil. Komm jetzt hoch. Ja aber du bist in meinem Topside Jungle. Also ich war base. Gert hier gewordet? Ja. Ich bin gleich hinter dir. Über den Clearen? Abgehend. Es gibt Disabledness. Hey Leute haben wir noch miss. Hier ich kann in unserer Top. Wir spielen das. Wir spielen das. Ich move da richtig stumpf durch. dass sie mich engagieren vielleicht. Ich geh da drauf. Ich geh da drauf. Komm mit der Journey. Auf Top. Auf Top. Auf Top. Auf Top. Der hat keinen Flash. Haben wir da einen Stun? Shit. Ich hab ihn. Bot ist in 10 Sekunden ungefähr da. Bot ist soon da. Passt auf. Die könnten swapen. Wir können das immer noch spielen. Ich hab Ult. Und Passive. Gehe dem Flieger. Oh jetzt noch IdaWave mit dein Prior. Kann sein dass die Botlin nach oben geht. Ja. Außer auch da können wir nicht trappen. Naja. Der sieht nicht so aus. Weil er ist ziemlich konfiguriert. Die sollten das hier nicht gesehen haben. Also. Ich kann da nicht hin. Ja ja. Fehler ist das Bot. Aber die sehen das nicht. Das hier noch links. Nami ist noch miss. Dami Bot. Okay nice. Dann können wir das easy hier machen. Wo kommen wir? Der hat hier Lane Ward. Der wird die Waves. Wie wollt ihr? Wie wollt ihr Havilt? Red mal über Havilt. Ja Mitte. 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 Okay. Bot lane freeze. Dann move ich Mitte. Ist hier wo ne Honeycruid? Naja. Ah Nami ist hier. Ne hier ist noch ein Ding. Aber du brauchst Mana, right? Naja. Äh. Ist der Mitte oder? Bruder ist kein Charakter. Nee ich bin fein. Dann ist der Mitte. Ich komm auch noch runter. Vielleicht können wir noch was machen. Können wir noch was machen? Links ist hier. Ich hab nichts mehr. Der hat keinen Flash. Keine Ult. Ich glaube wir sollten es nicht. Ich hab W in 7. Lass mal noch D-Lane. Echt? Meinst du? Ja ja. Kann auch Mitte move'n für Pressure. Ich wollt auch nicht. Ich wollt auch nicht wirklich krass D-Lane. Aber ich will das der Gimundo wieder in den Gangern geht. Ohhhh. Gimundo ist hier. Ja ok. Soll ich den Stern? Wenn ich die Q, kannst du die holen? Jetzt? Nami moved. Nami moved. 5. Nice. Nice. Nami ist hier. Ich bin raus ne? Ja. 3-4 Minions, dann bin ich Level 6. Ok. Das ist doch ein Fehler. Man macht einen T-P-Player und kommt behind raus, Alter. Wie dumm ist das? Vor allem mit Double-Kills. Du bist zwei Level rein. Das ist so dumm. Jetzt ist der Tod, aber davor war ich auch schon über ein Level hinten. So. Versteh es nicht. Ich hab jetzt Minions ab. Ich bin jetzt Saiyan strong. Ah, Filius hat noch nichts resettet. Eine Minute hat Nami noch keinen Flash. Vielleicht können wir das noch abusen. Ja, aber die haben beide keinen Flash. Die haben beide keinen Flash. Krabbel ab noch. Dann lass uns auf Filius fokussen. Hotline spielst du immer noch. Ich brauch jetzt hier erstmal Hilfe. Ah, ich guck mal. Ich geh krabbel. Filius wird jetzt brechen wahrscheinlich. Und noch einen Minion oder einen Strym für 6. Wir haben hier einen Pinkboard. Ja, ich komm jetzt wieder auf die Map. Können wir können hier machen noch? Das ist den Clean, oder? Ja. Ja. Botlane ist immer noch nicht resettet. Ich hab jetzt Ult ab. Also wir haben noch 20 Sekunden auf Nami. Und R4 ist halt noch länger, ne? Ja, ja. R4 hat noch 2 Minuten, 3 Minuten. Und wie gesagt, Botlane hat immer noch nicht resettet. Ich werde jetzt Toplane chillen. Kann den nicht 1v1. Nami ist 4, oder? Ich pushe jetzt bitte rein. Der hat TP, glaub ich. Ich glaub, die Cave wird versuchen die Waves einfach. Wenn die das aufgeben, musst du noch mehr aufpassen. Top, ne? Dann kann sein, dass der Moonlight von meinen Topster Jungle nimmt. Und wie vorhin. Jo. Ich würd gern, ich würd gern Bot sogar runter gehen und gucken, ob wir nicht den Turb freshern können. Ja, ja. Ich freeze die jetzt hier gerade. Die müssen overextenden jetzt. Wenn wir jetzt move'n, können wir die killen. Ich könnte hier Journey killen. Ja. Ja, 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 ja. Wir müssen mega viel Respekt haben. Die geben die Minions gerade auf. Die geben auf. Dann top aufpassen. Ich pull den raus. Du kannst jetzt pushen hart. Bot, wir kriegen den nicht tot. Du brauchst die Prieger zu move. Aber wir können das auch slow pushen und gleich fürs Turm gehen. James, ich move. Könnte sein, dass der TP will gleich der Bulli. Ne, 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 der kann grad nicht TP. Okay, lass danach Botlane move'n tatsächlich. Okay. Okay. Ich könnte hier auf den Dings gucken. Der hat keinen Flasher ab hier. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Hey, der ist top. Go. What? Nice. Nimm den Tom. Der war noch ne Ult, ne? Bin da noch weiter, maybe sogar. Ja, aber du kannst auch bitte die Wave nehmen, wenn du willst, ne? Ich geh mit Tim für Deep Vision. Oh, ja. Oh, Name hier? Ja, ja, ja. Raus, 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 raus. Raus, raus, raus. Die vier haben wir. Hast du noch was, Johnny? Nice. Nice, wenn ihr rauskommt. Wenn ich mal Top bekomme, Top. Ich hab die Nami. 3 Sekunden, Johnny. 3 Sekunden, Johnny. Johnny. No. Okay. Oh. Ich komm da, Kevin. Ich komm da. Come on fucking away. Ich hab noch Fresse. Kein Ult, kein Ult. Bullibear auch kein Ult. Und du seid auch kein Flasher. Der Fehler ist halt alles. Ich hab eh einen 5, eh einen 5, eh einen 5. Der Mundo macht... Aua, Buh. Müsste aufpassen. Ich hab ihn. Bullibear kommt. Der hat kein Ult. Der Bullibear hat TP't, ne? Ja. Der TP' ich top und guck für Toren. Ich hab eh einen 6. Ja. Aber hier kommen dann Nami. Ich hab 8 Sekunden Ult. Ich TP'n Job für Play, Dings. Auf den... Oh, ich glaub das wird TP'n sein. Egal. Das ist gut job, gut job. Ich hab noch Heal. Ich hab auch noch Passive. Ich komm hier über River. Ja. Ich komm da in V-Range. Chase, chase, chase. Nice. E in 3, E in 3, E in 3. Ich hab noch Heal, ich hab noch Heal. Muss nicht, ich hab Passive. Okay. Ich krieg die... Nice. Nice, good job. Top. Hat Johnny gesehen, dass wir den Fight sowieso gewinnen. Natürlich. Du nimmst ihn nochmal resetten, ich hab Eclipse. Er will dann 50. Also ich bin 30 CS ab und hab zwei Turbo-Copter. Ja, ja. Also ich bin jetzt 10 Clip. Ich geh Top-Set-Jungle jetzt, ne? Oh no. Ich geh da raus, glaub ich. Wo du kommst. Er wird euch ein bisschen runter. Ich. 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 Ich hab in 10 Sekunden. Hey, das war's. Hey, ich kill die Nami hier. Ja. Cooler Champ. Wirklich. Gutes Design. Na gut. Dass der noch viel ist. Nix. Na gut, Alter. Einfach letztes Gas-Ding. What the fuck. Okay. Scheißbar drauf, ne? Das war ja unten schon ne harte Clown-Fiesta so. Nächster Dragon 2. Aber den kriegen ist richtig huge. Ich geh Execution das hier. Also prep Dragon 2. Und dann holen wir uns das. Herald, Herald, Herald. Kannst ja eigentlich Geld machen, oder? Ja. Also eigentlich ist der Aphelios ist grade used to this. Die Kay ist noch schwarz. Nur Mundo Volibear, die scary sind. Selbst die sind eigentlich nicht scary, so. Wir müssen einfach vernünftig Schott wegschwenden. Hier ist ein Voli. Ich kann move'n, ich kann move'n. Ja. Ja. Müsst du irgendwie einfach, ne? Ich muss Botwaffe nehmen. Ja. Aphelios ist Botwaffe. Wir gewinnen das. Ja, Nami auch. Braucht ihr mich? Okay. Okay. Wollen wir den für den nächsten Drag stellen? Ja. Würde ich sagen, ja. Aber to be honest. Ich glaub mit Six sollten wir nicht den Herald stellen und dazu dragern, sondern tatsächlich den Charge ausnutzen, wie Soda ich damals wollte. Ja, aber dann lass das Botlane machen, oder? Ja, aber guck mal, wenn die auch so Precision sind, können wir auch einfach bis zum T3 Tower durchgehen. Können wir die Pischen stellen? Ja, okay. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Hätte ich vorher, ja. Hätten wir machen, sagen. Mundo Toplane. Mundo Top. Können wir vielleicht Botlane was machen? Ja, ich hab ult. Ich muss erst die Wayfart pushen. Wo ist Nami? Wissen wir das? Ne. Okay. Die ist hier? Ich move? Ja. Ich würde gerne den Bischen hier contesten. Ich komm jetzt. Wollen wir den Slope push? Schafft ihr welches rein? Keine TP's, ne? Oder? Wir können hier spielen. Wir können hier am Tower spielen. Die müssen raus vom T3. Die müssen raus. Wir kriegen den. Ich move mal direkt, bitte. Komm auch mit. Kann ich den journey und follow? Ja. Oh, cool. Danke, Riot. Können wir nochmal Reset nehmen? Oder ist zu spät? Wir haben ja mehr Zeit gerade. Ja. Können wir nochmal Reset kommen dann? Oh. Oh, der wird uns vielleicht canceln, wenn hier Ward ist. Oh, der wird uns vielleicht canceln, wenn hier Ward ist. Ja, also im Fight wollen wir entweder, wir kriegen den guten Catch mit Zekiräa oder wir machen Kite Back und siege'n einfach. Wir sollten immer... Dezent late, oder? Was? Ich hab noch Olds. Wenn wir hier hinten einen guten Catch kriegen, schmeiß ich die Old drauf, aber wir können auch... Ich hab definitiv genug Damage für die Tanks, so. Ja. Plays Harald mit, da? Jo. Bleibt man ein Stück hinten, oder? Die fangen jetzt an, die fangen an. Bleibt man ein Stück hinten, bleibt man ein Stück hinten. Die fangen an, die fangen an. Ja. ULTI, 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 ULTI. Haben wir noch ein Wort? Oh, Jungs! Woli bei, Woli bei, Woli, Woli. Woli, Woli, Woli. Journey für dich, Soda? Stark. Ne, ist einfach Monarcheisen. Oh, das hat geklatscht, Alter. Bist am Mappen. Zwei in W, W2. Mitte Harald noch, Mitte steht noch Harald. Nice. Komm hier lang. Gut Job, gut Job. Journey hier. Ich glaube, die Nami-Deck zu fahren. Das Jungle noch nehmen, oder? Wir können auch den Harald ausnutzen. Ja. Jungle ist hier nicht ab. Afelia ist dein Nami-Leben wieder. Kurz Turret und dann raus. W reicht, oder? Ne. Noch nicht. Oh, ich hab mit euch mit Mumu sein Reiz. Let's. Let's. Reset. Wenn du wieder scrollst, ist sie tot. Reset. Jetzt können wir die da hinforcen. Aber wir müssen da nichts forcen. Also, wir sind so ahead. Ich bin da eher für den Fight gegangen, als für den Drake. Ja, völlig okay. Aber gut. Oder vier Mann, oder? Oder vier Mann eh. Turbo fein. Nice. Ja, wir müssen das jetzt wieder so spielen, dass wir zusammen Mitte pushen und Type-Drain irgendwie was machen. Nee, nee, ich kann nicht. Du kannst? Okay, okay, okay. Aber kannst du nicht? Doch. Hm? Kannst du nicht? Du bist auch stark genug, no? Okay, komm ich glaube ich runter ran. Not sure, ich kann es nicht einschätzen, um mich zu sehen. Boah, dann lass mal nicht was kehren. Das ist schon klar. Okay, das Permapanzons. Geh mal runter und guck mal, was steht hier oder so. Ja, wir müssen hier die Wave nochmal nehmen. Aber ich kann mit W. Ja, irgendwer ist hier. Ja, ich kill den Pinkboard. Hier bin ich. Mondo, move Bot-Side-Jungle jetzt, Raptoren. Die sind drei Mann Bot-Side irgendwo im Jungle. Naja, die. Wir kriegen jetzt hier Prio. Was machen wir damit? Ich denke, die wollen mich abholen. Wenn die hier in der Mitte move'n, geh ich da rein, ne? Wenn die hier... Ja, die wollen mich, die wollen. Ja, geh raus, Top-Wir gehen für Wully. Jo, hier Johnny. Let's go, Wully, let's go. Ich bin überholt ab. Ist er hier oben noch drin? Ja. Raust du, Peter. Probably. Müsst du raus, Peter. Äh... Der Mondo verfisst sich auch. Hier, die Wave noch? Jo. Boah. Komm mal. Glaubt ihr? Glaubt ihr nicht, wir können das Legend einfach runter siegen? Ja, klar. Ja, glaub auch. Aber sollt ihr dann nicht einfach zu dritt gehen? Ich geh bitte, hol Solo-Prio. Dann spielen wir es so rum. Ja. Können wir machen. Du meinst, wir gehen zu dritt Zeit, oder was? Ja, würd ich sagen. Ja, können wir machen. Stopp. Nehmen wir relativ wenig. Moment, all good. Das ist für... Ich denk halt immer noch, dass Mundos und so hier sind eventuell, oder? Ja, hier ist Mundos. Ja, Mundos, ja. Gott sei Dank, nice. Pass auf, das ist auch. Nicht zu deep, ne. Das ist Mitte-Prio. Mitte-Prio und dann können wir bot lane was machen. Wir haben jetzt auf Blue. Ich hab leider keine Worts mehr jetzt. Wir müssen mit der Vision jetzt arbeiten, die wir haben. Ach, guck mal hier, guck mal hier, Leute. Hey. Aber vielleicht nicht alle runter. Aber vielleicht nicht alle runter. Ich geh mit einer Journey. Mundos top, Uli Mitte. Ah, stat. Ich krieg keinen Assist, weil ich die gewidmet hatte. Oh shit, sorry. Könnt ihr noch in Mitte kommen? Und sind wir bot lane Töne, oder? Wie über die lange hier? Ne. Ich werde da. Aber lass nicht riskieren, wir kriegen das. D3, D3. Okay. Armee bot. Alter. Ah, stimmt. Der hat AD Carry gepickt. Wollen wir den schon nehmen, oder? Ey, ja, oder? Minute 20? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja ne, wir können schon mehr spielen. Wollen wir einen Ventile engagen? Die sind zu dritt, die können nicht. Wir machen gerade. Wir sollten den nehmen, oder? Aber lass uns den nehmen. Wir sind dann auf Soul Point schon. Der respawnt erst kurz bevor, meine ich. Ey, lass mir doch bitte mal den Cannon. Achso, sorry. Ich hab 100 Gold Collector. Können wir da raus einfach bot lane, oder? Ja. Ich reset. Kann ich die Raptoren haben, oder hab ich Collector? Ja. Schnell Base. Schnell resetten, wenn ihr braucht. Hast du den Cannon hier queuen? Ja. Wenn ich Base muss. Nice. Ich bin ein bisschen late, ey. Das soll passen. Lol, ja. Na, okay. Ich kann nicht mehr resetten. Ich bin catcht worden. Okay. Wollen wir das mit dem überhaupt feiern? Naja, lass aufgeben, denk ich. Ach shit. Meinst du? Wir sind jetzt schon zu spät. Ich glaub, wir brauchen das nicht riskieren. Es ist halt zweiter Mountain für die, aber ich glaub wir sind grad nicht mehr. Ja, weil wir da verlieren und das nicht. Ja, ja. Das wär sehr, sehr int. Guck mal rein. Boah, war sogar klasse. Wir sind gut gechunked, ne? Die Krabbeln vielleicht Topzeit nehmen? Krabbeln am Set? Das war jetzt zweimal leider ein bisschen sehr late Resets. Müssen wir auch drauf achten. Wir müssen halt jetzt temporal mit Unhap offen. Kommt ja Fehlers wieder. Ja, lass uns doch mal. Lass mal Topzeit-Jungle hier. Topzeit-Jungle. Ich kann das ewig carry'n. Wir sind Top-T2. Die müssen Mitte clear'n. Wir können Top-T2 machen. Okay, können wir einfach mal starten? Jetzt wieder unterwegs, Jungs. Ja, ja, ja. Lass' go. Die sind alle noch in der Base. Ich weiß nicht unser Damage, aber... Wir haben gute Wäsche. Schauen. Ich zeig dir noch mal. Hell ist auch noch weit weg. Wenn die kommen, ulterst du die einfach, oder? Ich guck hier für ein Snare, wenn die hier reinlaufen. Ich hab keine Ul. Nein, nein. Ich mein Kutscher. Ich hab 10, das Ul. Wir können einfach finishen, oder? Federer ist noch an der Base. Ja. Aber finish. Ich halt die da auch noch für weg. Nice. Finish, finish. Och nee. Egal, spielen wir, spielen wir. Slow, slow, slow. Wolli. 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 Top-Lane, 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 Top-Lane. Passiert. Scheißegal, passiert. Hallo Top-Lane. Ich hab doch Ult Smite gedrückt. Ist egal. Passiert. Passiert. Wollen wir hier 1-Up nehmen? Kriegen wir den? 30 Sekunden Ulti. Die haben alles raus eigentlich. Wir haben noch 6 Ulti, wir haben ein Ulti. Wenn die Over-Steppen, ulti ich die. Ja. Ja. Alter, aber wir können nicht diben. Ja, nein. Nur wenn sie hier gestanden hätten, oder so. Ich bin ein Ulti. Das ist ja schon sehr risky, ja. Keine Minions. Nicht, dass wir hier viel machen können. Okay. Na gut. Haben wir mal in die Tür geklopft. Ja. Ja, Federer ist noch so 1000 Gold, dann ist der ein Champion. Nee, der wird nie ein Champion sein gegen mich. Hast du auch wieder recht. Der fahrt dann nach Thornmail, oder so. Die Angst. Warte aber aus, wie wolltest du das tun, Johnny, oder? Nö. Ich hab halt gerne eine Spirit-Visage. Kann ich eine Wave Mitte nehmen? Ja. Reichen chickens für Spirit. Ja. Also ich kann ja in den Fights aktuell einfach die Nami. 80% und Elephineus auch. Ja. Ja, ja. So weiterspielen. Die Tags hab ich hier Reduction. Das. Jetzt auch laut Dominiks. Ja. Ja, ich hab halt noch zwei Level, dann ist der halt fucking Broken Arm. True. Aber auch da hilft die Reduction. Ja, aber wir sind auch immer noch gut range advanced. Lassen wir sofort Intuit gehen. Wenn die da Scheiße spielen, können wir die engagen. Haben wir hier einen Sweeper dann? Ja, Kutcher ist grad reset. Oh. Oh. Oh Gott, ist schnell wieder da. Ich komm mit Sweep. Also boh ich noch. Haben wir jetzt keine Mitte-Wave mehr? Doch, doch. Super-Mine. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Oh. Ja, ja. Mr. Red. Sicher, dass wir ihn nicht fighten können? Ich bin jetzt da. Wir machen Nash, ne? Ob schon was geht. Ja, aber macht deren Fighter nicht stärker. Doch. Doch. Lass erstmal Bots-Siechen. Die müssen Mitte mehr beantworten jetzt. Nicht gegen mich. Okay. Können wir hier? Okay, okay, okay. Ich holte. Ich geh da drauf. Ich hab die. Nicht zu deep, nicht zu deep, nicht zu deep. Ich rack wieder hoch. Ich kann da nochmal rein, ne? Wir sollten, glaub ich, einfach mit der Letzt-Werk-Klauer nehmen, ne? Ja, ja. Aphelios ist Mitte. Ja, nächstes Wave-Sower. Ich hab getreut, ich hab kein B, ne? Wie lange? Wie lange? Äh, fünf. Aber... Den W-Nutzer muss das Super-Dash geben gleich. Jungs, ich geh da rein. Ja. Ja, ja. Okay, okay. Okay, Tower, Tower, Tower. Weißt du, Aphelios oben. Aphelios oben, Aphelios oben. Ja, ja. Geh einfach raus, geh einfach raus, geh einfach raus. Da bin ich hier ein bisschen deep. Ich geh da wieder rein. Ich hab hier. Mundo, kommt zurück gezogen. Bis dann, bis dann. Bis dann, bis dann. Kann ich das Mundo noch reinmachen? Finish. Um hier? Oh, schade. Ja, das Ende machen. Ich geh kurz Base und TP da rein. Ja. Du hast einfach zusammengegroovt, nicht so Free Damage nehmen. Aphelios, Aphelios, Aphelios. Oh, natürlich. 5 Sekunden kill. 5 Sekunden kill. Turm finish, Turm finish. Können finishen. EG. EG, wow. EG. Nice. Ach, was ist denn mit meinen Smiles los, Alter? Aber ist halt 50-50. Ja, ich glaube, das Hauptproblem war in dem Game, dass wir die beiden Dragons verloren, weil wir zu spät resetet haben und Baron war halt unlucky. Aber wenn wir da Dragons zu haben, ist das Game, glaube ich, not even close. Also war es auch so nicht wirklich. Vielleicht kriegen wir den Drake nicht. Vielleicht kriegen wir den Fight, aber wir kriegen den Drake nicht. Einfach eine Rave. Eine Rave zu spät resettete.